Ein gutes Mainboard-Modell ist das A und O für einen stabilen Gaming-PC-Betrieb und die absolute Grundlage, wenn es ums Thema Anschlussvielfalt und Upgrade-Optionen geht. Umso wichtiger ist es also, sich im Vorhinein gut darüber zu informieren, welches konkrete Motherboard-Modell am besten zu dir und deinem Prozessor passt und wenn es sich dabei um einen Ryzen-Prozessor auf Basis von AM4 handelt, also alle Modelle bis Ryzen 5000, dann bist du bei dieser Kaufberatung goldrichtig. Denn heute präsentiere ich dir meine persönliche Top-5-Liste der besten AM4-Platinen, die sich preislich so zwischen ca. 90 und 200 Euro bewegen. Dranbleiben lohnt sich und ich bin mir sicher, dass auch für dich da draußen eine passende Empfehlung mit dabei ist. Wir legen los, let's go! Du möchtest nicht nur eine Mainboard-Empfehlung, sondern direkt einen kompletten, auf deine Bedürfnisse abgestimmten Gaming-PC empfohlen bekommen? Dann schau unbedingt mal bei meinem brandneuen Konfigurations-Service unter xware-hardware.de vorbei. Darüber kannst du einen Gesprächstermin mit mir über Discord vereinbaren, indem wir deine persönlichen Anforderungen und alle wichtigen Fragen rund um deinen nächsten Gaming-PC besprechen. Daraufhin stelle ich dir innerhalb weniger Tage eine individuell maßgeschneiderte PC-Konfiguration zusammen, mit der optionalen Möglichkeit, diese dann auch direkt als Komplettsystem bei meinem PC-Shop-Partner Krotus Computer zu bestellen. Dieser Service befindet sich momentan in einer Art Testphase und ist selbstverständlich zu 100% kostenlos, also nichts wie ab auf xware-hardware.de, der Link befindet sich auch nochmal ganz oben in der Videobeschreibung und schon steht deinem nächsten Traum-Gaming-PC nichts mehr im Wege. Doch nun zurück zur eigentlichen Kaufberatung. Hierbei habe ich mich auch diesmal bewusst für eine Top-5-Liste entschieden, um euch nicht mit 10, 20, 30 Modellen zuzuschütten, sondern wirklich den Fokus auf dem Besten vom Besten zu halten. Und das ist gar nicht mal so einfach, denn der Mainboard-Markt bietet jede Menge herausragende Hauptplatinen von unterschiedlichen Herstellern. Die heutige Kaufberatung ist demnach also vielmehr nur eine gewisse Auswahl empfehlenswerter Modelle, eben meine persönliche Top-Liste. Um auch zukünftig keine weiteren Hardware-Kaufberatungen mehr zu verpassen, vergiss nicht meinen Kanal kostenlos zu abonnieren und mir unten in die Kommentare zu schreiben, welche Kaufberatung du dir als nächstes wünschst. Nun geht's aber endlich los, wie immer preisaufsteigend mit Empfehlung Nummer 1, dem Gigabyte B550M DS3H Motherboard für derweil knapp 90 Euro. Mir war es in dieser Kaufberatung wichtig, mindestens ein preiswertes Micro-ATX-Mainboard für günstige Einsteiger-Gaming-PCs vorzustellen, zum Beispiel in Kombination mit einem Ryzen 5 5500, 5600 oder aber mit älteren Ryzen 3 bzw. Ryzen 5 Modellen aus vorherigen Generationen. Dabei ist das B550M DS3H trotz seines kompakten Formfaktors erstaunlich gut ausgestattet. Intern verfügt es nämlich einerseits über einen PCI-Express 4.0x16-Anschluss für eure Grafikkarte sowie zwei kleinere 3.0-Ausführungen für diverse Erweiterungskarten. Andererseits stehen euch zwei M.2 Slots zur Verfügung, einer davon angebunden mit PCI-Express 4.0-Geschwindigkeit, zumindest insofern euer Prozessor diesen Standard unterstützt. Hinzu kommen vier SATA-Schnittstellen für herkömmliche SSDs, HDDs oder aber, wer's braucht, auch DVD-Laufwerke, sowie vier 4-Pin-PWM-Lüfter-Ports. Besonders üppig ist die Ausstattung im Bereich der RGB-Schnittstellen und das, obwohl das Mainboard selbst ohne eigene RGB-Beleuchtung auskommen muss. Doch solltet ihr euren nächsten Gaming-PC zur blinkenden RGB-Kirmes verwandeln wollen, so stehen euch hierfür drei 4-Pin-RGB bzw. zwei 3-Pin-A-RGB-Header bereit. Abgerundet wird das Ganze um eine ausreichend dimensionierte Spannungswandler-Kühlung, einen 7.1 Onboard-Soundchip sowie einen internen BIOS-Flashback-Button, mit dem ihr euer BIOS super easy aktualisieren könnt. WLAN hingegen ist out of the box nicht mit an Bord, das müsst ihr dann entweder über eine interne Netzwerkkarte oder aber mithilfe eines externen WLAN-USB-Sticks nachrüsten. Andernfalls steht euch am IOShield selbstverständlich der klassische 1-Gigabit-LAN-Port bereit, zusammen mit zwei Video-Ausgängen für die Verwendung einer möglichen iGPU plus drei 3,5mm Klinkenanschlüsse für eure Audio-Geräte. Neben der alteingesessenen PS2-Kombobuchse umfasst das B550M DS3H-Motherboard außerdem insgesamt acht externe USB-Schnittstellen, wovon vier im 3.0 und vier im 2.0 Standard laufen. Wenn es hingegen doch lieber eine preislich attraktive Full-ATX-Platine sein soll, so möchte ich euch das Asus Prime B550 Plus für knapp 120 Euro ans Herz legen. Dieses Motherboard eignet sich perfekt für typische Mittelklasse-Gaming-PCs, zum Beispiel mit dem allzeit beliebten Ryzen 5 5600 Prozessor. Das B550 Plus ist dabei in einer schwarz-silbernen Optik mit einem orange-leuchtenden Akzent gehalten und verfügt genauso wie die vorherige Empfehlung über zwei M.2 Slots und eine PCI Express 4.0x16 Schnittstelle plus vier zusätzliche 3.0 Ausführungen und sechs SATA-Ports on top. Für eure Lüfter, Kühler, Pumpen etc. dürft ihr euch außerdem auf sechs 4-Pin PWM-Schnittstellen freuen und die beiden 12V RGB bzw. der eine 5V RGB Header dürfen selbstverständlich auch nicht fehlen. Auf besondere Extras wie einen BIOS Reset oder Flashback Button, Onboard RGB, WLAN-Unterstützung oder ähnliches müsst ihr zwar leider verzichten, habt dafür aber eine wirklich sehenswerte passive VRM-Kühlung mit an Bord und außerdem eine solide Auswahl externer Schnittstellen. Konkret bietet euch das Asus Prime B550 Plus zweimal USB 2.0, viermal USB 3.0 und zweimal USB 3.1, einer davon als Typ C-Ausführung. Obendrauf gibt es eine HDMI bzw. eine DisplayPort Schnittstelle, natürlich den obligatorischen LAN-Port sowie 5 Plus 1 Audioanschlüsse. Darf es für euch ein bisschen RGB-Beleuchtung und eine wie ich finde insgesamt nochmal schönere Gesamtoptik sein, dann solltet ihr mal einen Blick auf das B550 Aorus Elite V2 von Gigabyte werfen, welches mit einem Preis von aktuell 130 Euro nochmal einen guten 10er mehr kostet. Diese Full-ATX-Platine eignet sich wunderbar für Mittel- bis Oberklasse-CPU-Modelle wie den Ryzen 5 5600 oder Ryzen 7 5700X. Hierfür bietet es 14 virtuelle Phasen zur Spannungsversorgung, natürlich inklusive ausreichender VRM-Kühlung. Intern erwartet euch dann einerseits der obligatorische PCI-Express 4.0-Slot für eure GPU und andererseits drei weitere 3.0-Schnittstellen mit Anbindung an zwei bzw. eine Lane. Hinzu kommen diesmal vier SATA-Ports sowie zwei M.2-Einbaumöglichkeiten samt internem USB-Typ-C-Header für euer Frontpanel. Als kleines Eyecatcher verfügt das B550 Aorus Elite V2 über eine dezente 2-Zonen-RGB-Beleuchtung, einmal in der Nähe des Audiochips und ein weiteres Mal im Bereich der IO-Abdeckung. Für zusätzliche RGB-Komponenten wie zum Beispiel Lüfter oder RGB-Stripes bietet euch das Board außerdem drei 4-Pin-RGB bzw. zwei 3-Pin-ARGB-Header an. Hinzu kommen fünf 4-Pin-Lüfter-Anschlüsse, ein 7.1-Onboard-Sound sowie ein BIOS-Flashback-Button am IO-Shield. Und apropos IO-Shield, dieses ist nämlich bei dem besagten Gigabyte-Mainboard fest montiert und umfasst neben einem HDMI bzw. einem Displayport-Ausgang zusätzlich noch zwei USB 2.0, drei USB 3.0 und zwei USB 3.1-Buchsen. Abgerundet wird das Ganze diesmal um einen 2,5-Gigabit-LAN-Anschluss sowie die obligatorischen 5 plus 1 Audio 1 bzw. Ausgänge. Empfehlung Nummer 4 kommt wieder einmal aus dem Hause Asus, um genauer zu sein, das knapp 170 Euro teure Asus TUF Gaming B550 Plus Wi-Fi 2. Wie der Name schon unschwer vermuten lässt, wird diese schwarz-grau gehaltene Full-ATX-Latine standardmäßig mit einem vorinstallierten WLAN-Modul ausgeliefert. Solltet ihr auf dieses Feature verzichten können, so gibt es das TUF Gaming-Motherboard aber auch günstiger als Version ohne WLAN. Kombinieren könnt ihr diese Hauptplatine mit allen gängigen AM4-Prozessoren, optimalerweise mit Oberklasse- bis High-End-Gaming-Modellen wie dem Ryzen 7 5700X, 5800X oder aber auch den Ryzen 7 5800X 3D. Die VRM-Kühlung ist dafür ohne Probleme ausgelegt und die Anschlussvielfalt des TUF Gaming B550 Plus kann sich ebenfalls absolut sehen lassen. So bekommt ihr neben dem üblichen PCI-Express 4.0x16-Anschluss außerdem einen 3.0x4-Slot sowie drei 3.0x1-Schnittstellen geboten, zuzüglich zwei passiv gekühlter M.2-Steckplätze. Hinzu kommen sechs SATA-Ports, sechs 4-Pin-PWM-Anschlüsse und zwei 3-Pin- bzw. zwei 4-Pin-RGB-Header. Abgerundet wird das Ganze mit einem soliden Soundchip, den typischen Diagnose-LEDs und einer dezenten RGB-Beleuchtung rechts unter den SATA-Ports. Einziges Manko, wie ich finde, ist die nicht fest installierte I.O.-Blender, was die ansonsten echt schicke Gesamtoptik nochmal richtig schön abgerundet hätte. Anschlussseitig gibt es dafür aber nicht zu meckern, zweimal USB 2.0, viermal USB 3.0 und zwei 10 Gigabit USB 3.1-Schnittstellen, einmal als Typ-C-Ausführung. Oben drauf gibt es einen externen BIOS-Flashback-Button, eine 2,5 Gigabit LAN-Buchse, HDMI und DisplayPort, sowie die beiden Antennenanschlüsse für WLAN und last but not least 5 plus 1 Audio-Anschlüsse. Das letzte Mainboard meiner heutigen Kaufberatung kommt von ASRock, nämlich das X570 Steel Legend Motherboard, für derweil roundabout 200 Euro. Als einzige Empfehlung heute basiert diese Platine auf dem Chipsatz X570, der sich vor allem durch Only PCI Express 4.0 auszeichnet, also sämtliche Slots mit diesem Standard angebunden werden. Ehrlicherweise ist in den allermeisten Fällen zwar ein solides B550 Mainboard Modell, vollkommen ausreichend, doch irgendwie zählt X570 ja doch zur AM4 Familie mit dazu und verdient sich somit wenigstens eine Empfehlung in meiner heutigen Top 5 Liste, die preislich auch nochmal absolut im Rahmen liegt. Doch nicht nur preislich, sondern auch optisch braucht sich das X570 Steel Legend keinesfalls zu verstecken. Es ist nämlich in einer schicken silber-weiß-schwarzen Optik samt zwei Zonen RGB-Beleuchtung gehalten und eignet sich genauso wie die vorherige Empfehlung optimal zum Einsatz für einen Ryzen 7 oder Ryzen 9 Prozessor. Hierfür verfügt dieses Full-ATX Mainboard über gut gekühlte Spannungswandler und zwei mechanische PCI Express 4.0x16 Schnittstellen, einmal mit 16 Lanes und ein weiteres Mal mit 4 Lanes. On top gibt es dann noch drei kleine 4.0x1 Schnittstellen und zwei superschnelle M.2 Steckplätze plus 8x SATA 6 GB. Für eure Kühlung stehen euch außerdem sechs 4-Pin PWM-Ports zur Verfügung und für sämtliche RGB-Beleuchtungen zwei 4-Pin und eine 3-Pin RGB-Schnittstelle. Am Heck finden wir eine schön gestaltete und fest installierte IO-Blende mit insgesamt 8 USB-Ports, sechs davon mit 3.0 und zwei davon mit 3.1 Geschwindigkeit. Was die PS2-Kombo-Buchse auf einem solchen X570er Mainboard zu suchen hat, ist mir zwar nicht ganz klar, sie ist aber trotzdem mit dabei, genauso wie zwei Grafikausgänge, 5 plus 1 Audio-Schnittstellen und ein Gigabit LAN-Port. Falls ihr euch wundert, warum in dieser Kaufberatung keine MSI-Platine vorgestellt wurde, das liegt nicht daran, dass MSI-Mainboards grundsätzlich schlecht sind, sondern vielmehr daran, dass sie preislich momentan einfach nicht ganz mit der Konkurrenz mithalten können und ich mich bei einer Top-5-Liste wirklich auf die attraktivsten Modelle, unabhängig vom Hersteller, beschränken möchte. Sollte euch diese Kaufberatung gefallen haben, lasst an der Stelle gerne einen Daumen nach oben und ein kostenloses Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Hier links im Bild seht ihr jetzt noch meine kürzlich erschienene Intel-Mainboard-Kaufberatung. Falls euch diese Plattform auch noch interessiert, schaut gerne mal dort vorbei. An der Stelle wünsche ich euch noch einen wunderbaren Tag, haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Video, bis dahin, tschau tschau.